Hallo liebe Hungrige, ich habe ja hier schon mal eine Champignonspfanne, wie vom Weihnachtsmarkt zubereitet, oft angeschaut von euch. Diese hier ist genauso lecker, mit einer schönen dunklen Soße, passt für das ganze Jahr, aber für den Winter und insbesondere für den Januar, der ja im Zeichen einer fleischlosen Ernährung steht, ganz besonders. Und dafür brauchen wir natürlich Champignons, egal ob braun oder weiß, getrocknete Pilze, bei mir sind es Muair Pilze, also eine asiatische Sorte, muss aber nicht sein, Steinpilze zum Beispiel machen es genauso gut. Wir brauchen Knoblauchzehen, eine große Zwiebel, vorzugsweise rot, an frischen Kräutern Salbei und Petersilie, ersatzweise natürlich auch getrocknete. Wir brauchen ein Lorbeerblatt, außerdem Sojasauce, Balsamicoessig, ich habe hier einen richtig guten Tropfen, ihr müsst euch dafür aber nicht in Unkosten stürzen. Balsamico gibt es ja für 2,50 Euro, aber eben auch für 150 Euro. Der hier war ein Geschenk, liegt irgendwo dazwischen. Doch genug geplaudert, wir brauchen außerdem noch Rosmarin, trockenen Rotwein, ließe sich auch durch Traubensaft oder alkoholfreien Rotwein ersetzen. Wir brauchen Gemüsebrühe, etwas Speisestärke, Tomatenmark und ein bisschen Zucker. Zuerst geben wir mal die getrockneten Pilze in eine Schüssel und übergießen sie mit der heißen Gemüsebrühe. Na toll, gekleckert, kein Problem, ist ja schnell weggewischt. Nur noch den Rest dazu und dann lassen wir die Pilze so erstmal für wenigstens eine halbe Stunde, besser noch für anderthalb Stunden stehen. Damit wir nicht sinnlos rumstehen, nutzen wir die Zwischenzeit für die Erledigung einiger Vorbereitungsarbeiten, die geputzten Champignons, nicht waschen, einfach nur mit dem Stück Küchentuch ein bisschen abputzen, diese halbieren, größere auch vierteln, die geschälte Zwiebel wird fein gehackt und mit den Knoblauchzehen verfahren wir ebenso. Nun geben wir ein Sieb auf eine Schüssel, legen es mit dem Stück Küchenpapier aus und geben da hinein nun die eingeweichten Pilze, anschließend drücken wir sie noch schön aus und können sehen, wir haben jetzt eine ordentliche Portion von dem Sud, die ausgedrückten Pilze geben wir dann auf ein Brett oder ein Teller und schneiden sie klein. Und nun geben wir etwas Öl in eine Pfanne, erhitzen es, geben dann die klein geschnittenen Zwiebel hinein, bestreuen sie mit etwas Zucker, ungefähr ein Drittel der Champignons kommt auch mit in die Pfanne und die klein geschnittenen, eingeweichten, vormals getrockneten Pilze. Und nun wird alles kräftig angeschmort, regelmäßig umrühren dabei, wird so fünf bis sieben Minuten dauern und dann nehmen wir die Pfanne erstmal vom Herd, stellen sie beiseite, in eine größere Pfanne gießen wir jetzt wieder ein bisschen Öl und bestücken sie dann, nachdem das Öl erhitzt ist, mit den restlichen Champignons, also dem größeren Teil und sporen auch diese jetzt kräftig an, auch nun wieder regelmäßig umrühren dabei, dauert wieder ein paar Minuten, sind wir soweit, kommt nun auch wieder die zuvor vorbereitete Mischung aus Zwiebeln, Champignons und getrockneten Pilzen mit dazu, wir geben die klein geschnittenen Knoblauchzehen mit in die Pfanne, schaffen dann in der Mitte so ein bisschen Platz und geben dorthin das Tomatenmark, kurz anrösten lassen und dann das Tomatenmark ein und alles miteinander verrühren. Anschließend löschen wir mit dem Rotwein ab, geben das Lorbeerblatt und alle anderen Kräuter dazu, das heißt den Rosmarin und ebenso die zwischenzeitlich gehackten Salbeiblätter sowie die Petersilie. Alles gründlich miteinander vermengen und dann bei mittlerer Temperatur den Rotwein fast einköcheln lassen, dann gießen wir den aufgefangenen Pilzsut dazu, geben Sojasauce mit hinein, zwei Esslöffel, alles umrühren und dann für circa zehn Minuten köcheln lassen. Nun verrühren wir die Speisestärke mit etwas Wasser, rühren sie dann in die Pfanne, lassen wir alles nochmals für circa zwei Minuten köcheln, wenn die Soße nur doch ein bisschen zu dick ist, einfach noch ein bisschen Brühe dazugießen und diese einrühren, bleibt noch das Abschmecken und zwar mit Pfeffer, ein bisschen behutsamer mit Salz und wir geben circa 1 Esslöffel von Balsamico dazu. Alles wieder gründlich umrühren, kurz noch mal köcheln lassen und dann können wir die nun fertige Pilzpfanne vom Herd nehmen, streut noch ein bisschen frische Petersilie darüber, die rundet geschmacklich alles noch schön ab, tut auf und genießt dann das leckere Essen. An Beilagen passt da vieles, einfach nur Brot, Reis und ich habe mich für Greta Racki, also diese reisförmige Pasta-Variante entschieden, ein wirklich köstliches und eben fleischloses Essen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber doch lieber die Pilzpfanne wie vom Weihnachtsmarkt essen möchtet und als Dessert vielleicht ein Stück Käsekuchen, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr, bis zum nächsten Mal, tschüss, bye bye.